So, ich suche jetzt mal in Ruhe meinen Schlüssel. Ich komme hier nicht rein. Ich bin im Bezirk von vorliegenden Augen. Hier ist mein Schlüssel. Ich hatte ihn in der Runde. Nein. Kommt nicht. Bezüge ich einen Schnellen. Dann musst du mir die Tür öffnen. Ich muss mich in, das ist nicht amord. Ich habe mich in den Städten, ich habe mich in den Städten. Ich habe kein Segen mit mir. Ich habe nichts Verräsz. Ich will nicht mehr in die Tür. Das ist nicht so gut. Das kutscht mich an. Vielleicht kann jemand sagen, dass Peter die Tür öffnet, wenn er in die Tür ist. Und er ist in die Tür, weil er nicht in die Tür öffnet. Ja. Ich will in die Studio. Ich will in die Studio rein. Das ist eine dumme Scheiße, die hier passiert.